Okay, ernsthaft, das war mal ne geile Sequenz, Alter. Ich dachte jetzt schon okay, jetzt muss ich alleine gegen den kämpfen. Aber geil, mann. Charakterbaukasten. Ich hab's komplett vergessen, ich muss die Serie da noch aufsteppen. Weisheitsstäbe. MP-Absorbation. MP-Aufigung nach Kampf. Peitsche. Knick und Knall. Maximale MP plus 10. Oder mit der Weisheit. Eis- und Windresistenz plus 20%. Antimakie. Das verteilen wir erstmal ein bisschen was, ey. Chance auf Kräftigung 10%. Was geht da oben eigentlich? Uah. In der Erde, in der Donners. Blitzangriffen, Windbegriffen. Aufstrebende Aufpepplerin. Dämonenlähmer. Ah okay, das kennen wir vom Bodo. Antimakie brauchen wir nicht. Magische Macht mit Weisheitsstern. MP-Maximum und Weisheitsstern plus 10. Machen wir das da. Und das da. 50 RP eines Verbündeten wieder her. Ja, aber was regt mir das? Gar nichts. Äh. Oh ja, das können wir aufmachen. Güte der Göttin. Ein selig machender Segen, denn er nutzt es vor, in die Welt der Lebenden zurückfüllt, wenn er stirbt. Und ihm einfach mal mit. Oh Mann, die haben bloß noch 15, ne? In der Erde. Nein, das will ich sehen. Was gibt's da? Hinter des Lichts. Lichtbasierte Angriffe. Okay, plus 10. Magische Macht plus 10. Feuer und Erdresistenz 20. Was ist das? Na ja, komm, mach mal Resnau. Resnau. So, und was bist du? Aggressionstraining. Höre den Schaden, den Offensivzauber, das nutzt es für Ursachen erheblich. Magisch sicher. Möglich ist gelegentlich den gleichen Zauber, ohne zu sich empfieber, zweimal zu sprechen. Cool. So, das hätten wir. Was können wir jetzt mit Weim noch anstellen? Bi-Händer. Gigakracher. Und Konter am Blockparade. Hä, was? Oh, ist schon weg. Stimmt, der Gigakracher hat er schon 25 gekostet, ne? Erik. Erik, Erik. Alter. Erik, altes Haus, Mann. Messer. Ah. So. Dann haben wir noch einen Hendrik. Wobei ich beim Hendrik gar nicht mehr weiß, was ich noch nehmen soll. Was gibt's denn da noch? Stärke plus 20. Jetzt haben wir noch 10. Blockchance mit Schilden kostet 12. Das kostet 14. Und das da. Austau plus 20 kostet auch Ding. Das kostet 16. Doppelmoppel. Okay. ori-Diskas mit Schilden. Äh. Das ist nötiger Schlag. Das bringt uns ja nichts. Ähhhh. Jade. Jade, wie schauts aus, Alter? Wie schauts aus? Du könntest mehr Lebenspunkte brauchen. Weisst du das? Gelegendlich lähmen. Flinkheit. Na so... Warte. Stärke 5 oder LP 30. Ich glaube wir machen Stärke 5. Lebenspunkt, die geht bei hier eigentlich. Also sterben wird sie selten. Warte mal, was hat sie hier noch? Flinkheit plus 30. So, Rionaldo hat noch einige übrig. Schützendes Schwert. Sternenschnalzer. Achso, ja, das war mit der Peitsche, das war mit dem Messer, das war Schaden. Amore mio. Geil, ich habe mal schweren Schaden zu finden. Bodo, noch mal Bodo noch? Ja, scheiß drauf. Bodo geht auch noch. So, was haben wir hier? Magische Macht mit Weisheitssträmen. Okay, ist alles in Ordnung. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir das überleben. Oder dass da ein Speicherpunkt ist. Und ich war schon wieder zu lange, dass er in Position. Finstere Festung. Tempel der Tücke. Sitzt der Schatten. Oh, du wirst mir jetzt erzählt, dass ich da wirklich so durch muss. Boah, 143.000. Ich will nicht zurücklaufen. Nein, wir gehen jetzt da rein. Scheiß drauf. Bist du dir sicher, dass du hineingehen willst? Nein. Warte mal, teleportieren. Hohe Warte? Ah. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lagerplatz Okay, wir porten uns jetzt nochmal zurück Ich würde so schmiedeln Ach Gott Und Lager aufschlagen So Gegenstände herstellen Ist hier eigentlich ein Oh, sonst weiß man kein So eine Arschnase Kannst du mir brandneue Rüstungen Flüssigmetallrüstung Oh ja Aber warte Kleidung Da fehlt mir noch Glitchkraut Heiligenkleid Oh man, das ist doch scheiße Handwerkliche Trudantracht Trudantracht Okay, Rüstung Flüssigmetallrüstung Oh, mir fehlt ein Drachenhorn Und ein Glitchgel Mist Okay, wenigstens unser Hauptcharakter bekommt Eine fette Rüstung noch Schmieden Nein Geblutacht bringt jetzt gerade gar nichts Nein, oder? Jetzt hat Sämtliche Potentialkosten werden halbiert Ähm, Quadrakracher Alter, ich schaff das nicht Warte mal, wenn ich jetzt das Warte mal, da hatte ich nicht irgendwas um das Achso, ja Knisterkracher Ach, das ist doch scheiße Wie soll ich denn das schaffen? Das wird jetzt bloß ein normales, ne? Ähm, ja, super Okay, Satz mit X2 War noch nix Flüssigmetalljacke Flüssigmetallrüstung Flüssigmetalljacke Boah, die ist schwächer? Okay Pennen Dann fliegen wir zur schwarzen Feestung Wobei, nein, wir müssen das Geld abgeben Alter, das mal legen wir das Geld weg Äh, warte, 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 warte Gegenstände Wichtige Gegenstände Blaue Kugel Silberne Kugel 1, 2, 3, 4 Ach, wir haben schon alle Oh, wann ist das passiert? Oh, okay Wo ist die Flöte? Da ist die Flöte Hör voll die Flöte, ey Ich würde jetzt gerne noch die anderen Gegenstände herstellen Aber einerseits habe ich keinen Bock, Farmen zu geben Wo ist die böse Festung? Ich kann sie nicht sehen Ah ja, da sind wir Nautica Nation unter den Wellen Ein Paradies in den Tiefen des Ozeans Was gerade total am Arsch ist wahrscheinlich Ja, bei mir erschließt sich halt immer noch nicht das, was mit dem Stern war Das hat sich jetzt halt noch überhaupt nicht erklärt, ne? Das ist das, was mich am meisten stört Auch dieser kleine Misskerl, der wo da am Boden war Der wo gesagt hat, er will sein Zeug zurück Und dieser Turm der Zeit und so weiter Heißt das dann, wir können den gar nicht ganz besiegen jetzt? Oder irgendwie sowas? Hm Das ist ja jetzt eine gute Frage, MacGyver Hoffentlich sind jetzt wieder so viele Gegner dabei Das nerven mich jetzt schon Boah, was? Das taucht halt echt alles wieder auf Au Oh Gott sei Dank Ausnahmsweise mal net So, sowas können wir schon einsetzen Zauber Ah ne, es bringt bei denen ja glaube ich nichts, oder? Kann das sein? War das jetzt? Ja, okay War nur verschwendete Power Alter, wirklich, jetzt noch ein Multidim? Das ist ein elende Misser Das mit Win war klar Oh Mit ist der Aktivität So Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Könnte ein bisschen dauern Was haben eigentlich Dämonen oder beziehungsweise Monster oder Dämonenkönige Immer mit diesen fucking Stacheln Alter, in ihrem Überall Ich meine, dass ich keine Rosen enthänge, ist mir schon mal klar Aber überall so fette Riesenstacheln So Ja, es wird hier niemand hinkommen, aber es schaut wenigstens geil aus Oder böse Ups So, so, so Wir kommen jetzt endlich mal zum Herrn der Schatten Ja, und ich bin gespannt, wie der halt drauf ist Weil der Jasper oder der Euclis Euclilis Oder ach, was ist nicht was Der kommt da auf den Namen, anstatt Jasper, Mann Der war jetzt nicht zu stark Und er stand auf Feuerschalen Aber voll, Alter, da wirst du der Körre, wenn du das machst Stell dir mal die Arbeit vor, die alle anzuzünden Stell dir mal ein Zimmer vor, in dem du lauter so Mini-Feuerschalen hinstellst und der Wand entlang, damit es cool ausschaut Die alle anzuzünden beim Streichholz, Alter Leck mich für Wenn es Spaß macht Gegenstände Hat die Jade irgendwas? Ne, die hat nix, ne? Transfer Transfer Nein, 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 Transfer Jetzt hat die drei Die hat drei Keine Ahnung, der hat 27 Bei Hauptfutze muss ich eh angreifen Der, der, der gibt sich nicht her fürs Fürs Heilen, äh, fürs Magiehochpumpen Los geht's Wir haben gespeichert Wir haben Oh mein Gott, wir haben das Geld nicht abgegeben Oh, wir haben gespeichert Scheiß drauf Ist jetzt so da wieder Oberchecker, Alter So you have come, Luminary But you are too late The source of life is no more Erdrea is veiled in darkness And I reign supreme Yggdrasil is dead You are not but leaves blown on the wind Alright, wir haben gespeichert Oh, wir haben gespeichert Und ich habe gespeichert Und ich mache gerne Es geht's Wir haben gespeichert Ich bin Ich bin Wir haben gespeichert Die Augen schreien mit einem schrecklichen Licht. Wie die von der Vergangenheit der Vergangenheit. Fools. Warum hast du nie immer gelernt? Liebe, Hoffnung, Drei, Worte, 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 Worte. And refuses to die. But no longer. I shall carve a despair into the human soul that will last until your kind finally dwindles and dies. Okay. Kann man den hinlegen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt machen wir erstmal Teufelchen. Okay. Kann ich den überhaupt treffen? Der hält das Schwer so komisch. Oh oh. Oh shit, der blockt alles, ne? Verschwend noch mal nicht unsere... Oh wow. Oh wow. Oh Gott, ich kann ihn nicht doch treffen. Super. Und ich dachte ich kann ihn nicht treffen. Okay. Geht. Geht. Okay. Kann ich den damit hinlegen? Oh wow, was für ein verschwendeter Angriff, Mann Zauber Mega Schwächer Du hast es dir selbst gebracht Den Schatten habe ich nicht getroffen, aber dafür halt nicht Ich weiß nicht, was der jetzt alles kann Shit Ach du Scheiße Deine Macht ist meine Ah leck ey Ich hasse diesen Doppelgänger Scheiß Der Schatten ist weg Jetzt fängt der schon mal überhaarig an Oh ja Warte mal, warte mal Ne, die Dinger sind immer Ja okay, das heben wir uns ein bisschen auf Ach komm schon Ah leck Okay, jetzt können wir die Jade austauschen Oder doch mal Oh yeah Okay Kann aber trotzdem nichts draus machen Oder heilen wir alle Ne, wir heilen los mal die Serena Oh 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 Okay Okay Hat niemanden geschockt Und der Ding hat geradezu überlebt Oh Verdammt So So Jetzt aber Aufstellung Jade gegen Ronaldo Schafrichter Ist er jetzt wenigstens schon mal gelb, ich weiß, dass der letzte Boss ist trotzdem mal Zeit hier Ja So finde ich das Wobei, wir machen es mal anders da Mehr Heilung Weil dann kann sie Schwächung ausführen Weil dann kann sie Schwächung ausführen Oh nein Wow, das war die Quittung, ne Jetzt bräuchte ihr noch einen Bodo, ne Äh, äh, ja Das ist ein gutes Korb Ding Zauber Und alle voll Und alle voll Oh 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 scheiße Äh, ich weiß immer noch nie, wie man den aufhebt, ne Ja Let me atom Gekräftigt sind sie Gekräftigt sind sie, ah ne sind sie nicht alle Äh Äh Mach mal einfach mal Mach mal einfach mal Oh Mann Oh Mann Okay, das geht, das geht Zwisch Oh, okay, das geht auch noch Ja Ja Jetzt geht's rum Nun mal hier Mehr Heilung Multiabschirmung Ja Ja Feuer und Eis basierenden Angriffen Er ist rot Aber er hat bestimmt zwei Formen, die dumme Drecksau Oh oh Ach komm, das ist jetzt so witz, oder? Genau die Serena erwischt Ja Aber der Bodo kann wiederbeleben Okay, er kann's versuchen wieder zu beleben Oh mein Gott, ich hätte heilen müssen Oh scheiße Nein Das könnte jetzt böse werden Ja Okay, den ignorieren wir Alter, hör auf das zu blocken Oh Gott sei Dank Oh Gott sei Dank Oh Gott sei Dank Bitte, Hendrik Tu was für dein Geld Ja Und ich hab sie wiederbelebt Aber es gibt keine Erfahrungspunkte Ja Du bist Ja Oh 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 So this is the power of the Luminary. Impressive. But I tire of these games. I am Mordigan, master of all things. I call upon the power of the sword. All must be destroyed. I am Mordigan. 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 Children of Inkassil. Denizens of light. I will snuff out your lives. You will dwell with me in darkness. Oh, oh, oh. Der Fürst der Schatten und... Und der Fürst der Schatten beginnt sich über den Himmel zu schlängeln. Und was bringt das jetzt? Hä? Oh, oh. Aber wir sind wieder voll da. Hä? Ich... Okay. Hä? Äh... Warte mal. Wir machen hier mal kurz. Schwächung. Dann Aufstellung. Ja, keine Ahnung. Hau drauf. Mir macht das ein bisschen Sorgen, dass das zwei sind. Warum hatte ich Energie verloren? Achso, ja, stimmt. Ich denke mir jetzt scheiße, wo habe ich jetzt die Energie verloren. Äh... Megastärkung. Ich bin mir nicht sicher, ob das zwei Gegner sind oder nur einer. Ich bin mir nicht sicher, ob das zwei Gegner sind oder nur einer. Schwert? Und der andere, der Fürst der Finsternis oder was zur Hölle soll das jetzt alles sein? Oh, wie der spielt mit. Oh, oh. Der Sack ist doch nicht mal dabei. Der ist auf einem anderen Feld. Schweinerei. Einfach von hinten anzugreifen. Boah, 735 Schaden. Au. Die Jade ist auch wieder normal, ne? Ey, die tauschen jetzt oder was? Au, ja. Was der hell ist mit euch los? Überlebt die Jade noch eine Runde? Ja, die überlebt noch eine Runde. Schwächung. Ne, 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 ne. Wir schauen weiter so zu. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh Gott. Serena und Jade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Seidank. Das Zisch ist ja nur für einen. Okay. Ich bewege mich gerade echt auf dünnem Eis, Alter. Auf richtig dünnem Eis. Ja, warum darf die Serena nicht, Alter? Okay, die tauschen bitte. Nein, jetzt sind sie beide da, oder? Oh, oh. Oh, ne. Warum darf denn die Serena nicht... Ja, jetzt darf sie. Jetzt wo er tot ist. Warte mal. Aufstellung. Zauber. Multiheiler. Warte mal. Ich bin hier, um zu helfen. Jaja, super. Jetzt bräuchte ich den Rionaldo. Warte mal. Aufstellung. Geh mal kurz weg da. Die sind ja beide noch mit Ding, ne. Den haben wir am meisten bis jetzt abgezogen. Aber der ist immer noch weiß. Fällt mir überhaupt nicht. Äh. Äh. Was soll der Scheiß? Der kaut auf mit Lionel rum. Was klären wir grad überhaupt nicht. Ich hoffe ich hab ich mit Brausebeile. Nee, immer bloß ein... Uh, der ist fast tot. Uh, uh, uh. Aber wir sollten... Wobei, die versetzen alles mögliche ein, ne. Kannst du mal aufhören, auch mit dem Waldo rum zu knuspern? Immer noch? Warte mal. Noch mal mega Stärkung. Einfach nur zur Sicherheit. Wir kriegen auch bloß 3, ne? Ich kann ihn aber auch jetzt nicht austauschen. Oh oh. Was ist jetzt los? Zack. Zack. Ach so. Ah. Okay. Es sind eigentlich alle so da. Kurz. Naja. Gehirn Fürsten der Schatten ist das wahrscheinlich ziemlicher Scheißdreck. Ja. Mach mal mit Brause weiter. Oh. Was war da gestanden? Äh. Schwarzer Zirkel? Oh. Okay. Das ist so ein Ding über Zeit, ne? Oh fuck. Ja komm, Alter. Jetzt darf er zweimal, dann sagt der andere auch noch, oder? Zauber. Zauber. Multimer Heilung. Halt die Gruppenmitglieder von Schlafeffekten, Lähmungseffekten. De 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 De. Energiestup mín lu эн Keine Ahnung. Machen wir das noch? Alter. Das passiert jetzt halt jede Runde, ne? Oh Gott, den Hendrik heilt's fast nix. Alter, scheiße. Wie lange hält denn das eigentlich? Jetzt killt da noch endlich einer. Boah, Alter, nein. Oh, Mio, Muntermacher. Was ist Muntermacher? Äh. Ich müsste halt den Ding wiederbeheben, ne? Muss ich machen. Ich hab niemanden zum Angreifen. Das bringt halt gar nix. Gerade. Was war denn das nochmal? Keine Ahnung. Oh, oh. Oh nein, meine Heilerin. Und gerade der Ronaldo, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Nehmen wir erst einmal Aufstellung. Nehmen wir ein paar Hilfe. Zauber. Multiheilung müssen wir machen. Um den Hendrik und die Serena da zu halten. Ah. Es geht noch, geht noch. Komm, jetzt hau den endlich weg, Mann. Ah, der kann der jetzt endlich wegfracken. Ah, jetzt sind die Dinger alle weg. Okay. Haben die jetzt irgendwas vor? Ne. Nichts aus heiterem Himmel niederfahren. Ach, du Scheiße. Oh, ne. Warum eigentlich immer meine... Meine Angreifer. Der will nicht sterben. Oh, wow. Ey, die Serena muss doch jetzt aufwachen. Ja, das geht weg. Das geht weg. Okay. Alter, komm. Ich vertraue dir, Serena. Du haust den jetzt auch um. Ja. Ja, der Hendrik ist auch wieder da. Ich habe gerade die dunkle Befürchtung. Gegenstand. Oh ja, der hat auch einen Haufen dabei. Jetzt von der Jade geht er schon in der nächsten Runde weg. Aber, Aufstellung. Jade. Wiedergeburt. Ah, jetzt können wir endlich wieder mit hernehmen. Ist das eine... Ist das eine Totenkiste? Müsst du mich verarschen? Oh, oh. Oh, jetzt muss hat meiner noch mit hoch. Selbst Metallmonster. Wir müssen aber Multiheilung machen. Weil das Risiko, dass der nicht einschläft, ist mir zu groß. Wir müssen dann auch dann schwächen. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Ja, genau. Das habe ich eben befürchtet. Schwächung. Also, wir können uns schaffen, Mann. Wir können uns schaffen. Oh, das ist scheiße. Elender Mist, sag mal. Er ist gelb. Aber jetzt machen wir mal eins. Multi-Abschirmung. Feuer und Eisbasis... Ach, scheiße. Der alle Zauber abwehrt. Das ist aber nur Eis und... Feuer und Eisbasis... Fähigkeiten. Das ist was, er druckt mich, eine höhere kritische Zauber zu wirken. Madisch Dessert, Dämonenlähmer, Stab der Erlösung... Ja, keine Ahnung, machen wir einfach mal das. Das verbraucht er immer zwei, Madischung. Wow, das hat man jetzt fast getötet. Oh, warum? Okay, der Hendrik ist betroffen. Multi-Heilung. Don't worry, I hit her out. Warte mal, Aufstellung. Hatten wir einen Bodo gerade? Wir machen ihn mal so. Oh, der pennt. Aufstellung. Okay, Bodo kommt wieder her. Ich kann auch Giga-Schlag nehmen, aber ich ziehe mit dem irgendwie mehr ab. An wen? Das ist in Ordnung, zieht fast nix ab. Okay, der Hendrik ist nächste Runde immer noch so. Aber der Bodo kann doch das bestimmt heilen. Ich hoffe, das hilft. Oh, der Bodo darf dann die Sirena wegen der Magiebumpe gehen. Und du bist jetzt rot. Und du bist jetzt rot. Nein, du bist nicht Arschloch. Du bist kacke. Okay. Dämlicher Fürster, Schatten. Okay. Ich bin froh, dass der Hendrik nicht mehr aufsteht. Das wäre echt hart, wenn der Hendrik wieder aufstehen würde. Ah, okay. Ich finde es auch gut, dass der seine Magie wieder aufladen muss. Okay, er ist rot. Jetzt geht die Endphase los. Probieren wir es nochmal mit Schwächung und dann tauschen wir eigentlich ein Ding aus. Ach, komm schon. Warte mal, war mit der irgendwas? Oh ja, verdammt. Aber die könnten wir wegheilen. Ah ne, die sind in der nächsten Runde eh weg. Das zieht sich halt ewig hin, ne? Das kannst du ruhig machen, Alter. Das spart mir bloß Magie, wenn du bloß einen angreifst. Oh ja. Darf ich jetzt vielleicht mal die Jade ran machen? Jetzt geht's rund hier. Jade, hau rein. Ja! Alter! Wir haben es drauf umge... Wir haben dann wirklich gesiegt. Aber wir haben keinen Erfahrungsmong gekriegt. Oh oh. Das Schwert der Schatten. Was, jetzt habe ich beide? Aber ich bin Mordigan. Master of all things. Ja, vielleicht dein hätte gehen. Mein Reign ist nicht... ...over. Es kann nicht... ... 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 Es ist ein Oval. Eine geheimnisvolle Stimme halt durch den Raum. Du hast es gut gemacht, um Mordigan zu verdienen. Dank dir, Leben und Licht werden endlich zu Erdria zurückgekommen. Wer war das? Wir müssen hier raus, jetzt! Wir müssen hier raus, Mordigan! Ja, aber so viele Leben wurden verloren. Schau, diese Licht! Was bedeutet das? Ja, das Wildtree. Es ist Leben! Ja, das Wildtree. Wie? Sieg! Sieg! Auf Level, was, 44?